So fühle ich Fehmarn. 1978, 1979, der Schneewinter kam. Ich habe ihn miterlebt, als Kind. Wir haben ein Iglu gebaut. Mein Vater musste lernen, dass Panzer einen zwar nach Puttgarden bringen, aber der Zug nicht fuhr. Das konnte er sich nicht vorstellen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie neugierig. Herzlichst, Ihre Doris Klempner.